Und willkommen zurück bei BattleBlockTheater mit mir, dem Elvidia von InstantGamers und Dissidious. Ja! Und wir spielen den Spielmodi Male die Welt bunt. Ich bin blau. Ich mag es Sachen anzumalen. Ich bin gelb! Äh, müssen wir irgendwo reingehen. In was gehen wir rein? Das sieht schon mal sehr cool aus. Achso, hier können wir die Map auswählen. Ich finde die hier cool. Cloudy Color. Alles klar. Ich will in die Map. Hilfe, du stehst mir im Weg. Hilfe! Ich kann nichts tun. Egal. Hilfe! Ich kann da nicht rein. Okay, jetzt macht irgendwas das Spiel. Jetzt geht's los. Ich nehm dir alle deine Colors weg. Aua! Nein, du bist blind bei mir. Ich seh dich gar nicht. Wie, ich bin blind. Oh nein, ich bin blind! Ich hab's dir noch nicht gesagt, aber du bist blind. Shit. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Verdammt. Oh nein. Schade, dass man die anderen Spieler nicht sehen kann. Doch, kann man. Also doch schon. Ich mein nicht so instant, weißt du? Äh. Nicht so instant Gamers. Doch. Aha. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Ich bin gut. Erstmal ein bisschen Eigenwerbung machen. Hallo! Nein! Jetzt hast du mich so erschreckt, dass ich... Achso, ja, hier. Guck, bei The City Escape 2. Ich bin vorbei. Nein! Habe ich dich getroffen? Kann ich deine gar nicht mehr... Ich kann nichts mehr machen. Ich kann deine nicht mehr... nicht Geld machen. Ach, jetzt kann ich wieder. Oh. Ey, hör auf meine Dinger kaputt zu machen. Hilfe. Oh nein. Aha. Ich hab dich geschlagen und bin ins Wasser gefallen. Aua. Ich glaub du hast gewonnen. Nein! Ganz knapp. Oh. War aber wirklich ganz knapp. Ja, mächtig. Sonst hab ich immer im Singleplayer gewonnen. Oh, im Singleplayer. Auf einfach. Ja, nicht schlecht. Muss man auch erstmal schaffen. Ja. Es ist voll schwer. Auf einfach. Du spielst es aber schon weiter, ne? Ja. Ja, ich spiele weiter jetzt. Nicht, dass du einfach die ganze Zeit am Anfang stehen bleibst. Ich warte und heule, dass ich verloren hab. Äh. Oh Gott, die sind ja alle blau. Genau wie ich am Wochenende. Nein, Spaß. Ich trink doch keinen. Ist das Spaß? Ja doch. Psst. Soll doch keiner wissen. Dein Alkohol ist böse. Genau. Und ungesund. Schlecht für die... Hallo. Na? Haha. Du bist ertrunken. Hast du nicht mitbekommen. Das hab ich ganz im Geheim gemacht. Nein. Ja, genau. Hab ich jetzt gewonnen? Lass mich gewonnen haben, bitte. Wieso geht der Frage zu? Ich seh nix. Und? Ja, okay. Meine erste Runde war natürlich viel besser. Oha. 199? Yeah. Oh. Viel lustiger, wenn ich jetzt 1 hätte. 199 und 1. Oh, du bist voll gut. MVP. Wie, uncool. 1-0. Miau. Ja. Okay, jetzt suche ich ne Map aus. Okay. Komm ruhig ran. Color from. Achso, jetzt wird die Map angezeigt. Ich glaube, wir müssen sowieso alle durchnehmen. Äh, das hat sich... Ja. Das schneiden wir raus. Ja, ja, ja. Lalalalalala. Süße kleine Hundewelpen. Ich will die hier. Ja, bei mir läufst du wieder auf der Stelle. Welche hast du genommen? Die zweite. Die zweite. Okay. Naja, da ist die Tür auch offen. Hm. Ich mag auch den Akzent zu den englischen. Jetzt geht's los. Oh, was ist das denn? Oh. Hey. Ich will springen. Ich will deine gelben Dinger blau machen. Aua. Ich komm nicht mehr klar. Hilfe! Du darfst meine gelben Dinger nicht blau machen. Ich bleib auf dieser Stelle stehen. Ich fall hier vor viel Zeit gerade. Hä? Au. What the fuck? Huch. Aua. Ach, hier ist dieses Gelee. Wie cool. Ich mag die. Ey, damit kann man so einen Wandsprung machen. Aber mit dem auch nicht. Dann kannst du doppelt und dreifach springen. Huch. Mist. Du bist mir voll im Voraus. Voll im Voraus. Voll im Voraus. Du bist mir voll voraus, sag ich. Huch. Ich hasse Eis. Also ich mag Eis, aber nicht im Spiel. Wieso kann ich deine Dinger eigentlich nicht Geld machen? Nur, nur wenn die noch so blinken, dann kannst du das. Ach, also kurz danach noch, oder was? Ja, genau. Oh, lass mich gewonnen haben. Oh. Nee, nee, nee. Oh, geht schon wieder weiter? Oh, Mist. Schlag auf Schlag hier. Action pur. Ohne Ende. Ja. Jedenfall. Oh nein, das ist so ein Nervenkitzel. Los, schieß mich weg. Das dauert vor lange, bis du weggeschossen wirst. Alle schön Geld machen. Alle schön blau machen. Nein, ich hab mich eingesperrt. Ja. Ich mach deine Finger wieder. Ich folg dir einfach die ganze Zeit. Das ist die beste Idee ever. Dann schlagen wir uns die ganze Zeit. Okay. Hör auf, ich kann mich nicht bewegen. Hatte ich auch vor. Kannst du dich immer noch nicht bewegen? Hey, hör auf! Verschwinde! Oh, hast du keine blauen Sachen? Nein! Ich schmeiß dich weg! Nein, oah! Aua! Oh Mist! Hast du dich selber umgebracht? Ja, sieht so aus. Verdient! Nein! Ich wurde eingesperrt. Du hast bestimmt schon wieder gewonnen. Oh, aber schon klapper als letztes Mal. Oha! Besser als letztes Mal. In 10 Stück. Ah! Oh, ich guck wieder trauriger Isaac. Oho! Aber weinen tust du noch nicht. Aber das ändern wir noch. Aber du bist schon ein Sternchen. Heee! Was denn zu deinen Auszeichnen? Oh! Hä? Guck mal, da kommt sofort die nächste Mal. Was los? Oha! Was war denn das denn? Hey, wieso ist wieder alles gelb, was ich blau gemacht hab? Komisch. Hehehe! Nein! Ich bin ertrunken! Aber die Map hatten wir eben schon, oder nicht? Vielleicht gibt's davon jeweils zwei Runden. Ich komm hier nicht hoch! Oh, ich bin so blöd, hier rauszuspringen. Ich will dich treffen, aber ich weiß nicht, wo du bist, weil du stuckst bei mir in der Luft fest. Blödes Spiel. Da wundere ich mich hinterher, warum alles wieder gelb ist. Ja. Oh nein! Ich bin runtergefallen. Hängst du noch fest, oder kannst du laufen? Ich kann laufen, ich mach alles schön gelb. Mist! Nein, die Zeit wird auch sch- ach, da unten bist du! Ja, hi! Was geht ab? Hey, hör auf! Hör auf! Ja, mach alles gelb! Scheiße! Nein! Nein! Ich bring mich jetzt selber um! Au! Ins Wasser mit dir! Oh! Uh, das war aber richtig knapp! Das war- oh, ganz schön knapp! Es geht los! Es geht schon wieder weiter! Ich hab mir- nein! Unfair! Hör auf! Hör auf! Hör zu laufen! Nein! Hey! Verdammt! Finde ich jetzt mal uncool von dir! Ich fand das uncool von dir! Quatsch! Gar nicht! Au! Ich seh dich nicht! Bei mir bist du verschwunden! Ja! Das ist ein Zaubertrick! Oh, du bist unsichtbar! Find ich gut! Ach, da bist du! Mist! Ich bin nirgendswo! Da! Ich seh dich! Stürme ins Wasser! Geh weg! Weg mit dir! Lass meine Blöcke blau- oh nein! Ich bin gestorben! Das find ich gut! Autsch! Shit! Ich glaub du führst grad! Quatsch! Ich doch nicht! Wann hab ich jemals geführt? Mal kurz ein paar Blöcke noch gelb machen! Schnell! Nein! Nein! Ich komm da oben nicht ran! Okay, jetzt hast du verloren! Muhahaha! Wieso? Wie fährst du denn noch gelb gemacht? Nein! Ich hab 500 gemacht! Was? Ja, mindestens! Quatsch! Gar nicht! Doch, doch! Niemals! Guck! 500! 560! Und ich? Und ich? Oh! Ich hab doch voll viel mehr gemacht als eben! Oh! Oh! Ich male dem Isaac schon mal Tränen auf meinem Monitor! Hm! Bleib einfach auf den Monitor rauf, ne? Ja! Einfach! Ich hab hier die Kätze, diese, diese Wackelaugen! Ja! Die hab ich, die klebe ich mir auf dem Bildschirm! Schön! Auf diese Hasen! Vertraue mir, das ist unglaublich frustrierend! Und du möchtest dich töten! Ich find das unfair, dass da immer nur dieser blaue Typ ist bei der Anleitung! Ja! Ja! Ich hab recht, äh, Rechte, weil ich dauernd verliere! Wir müssen danach einen anderen Spielmodi ausprobieren! Okay! Da, wo ich auch mal gewinnen kann! Nee! Nein! Find ich nicht! Das muss nicht sein! Klar! Aber voll! Rennst du mir gerade hinterher? Nein! Okay! Also wirklich nicht! Ich, ich wollt nur sicher gehen! Ich hab da schon damals blau, äh, gelb sehen, gehen, werden, tun! Ich hab gerade nur deutsche Sprache verloren! Hast ne gelb, blaue Sprache und deine Sprache verloren! Das ist nicht gut! Mist! Gelb, blaue Sprache! Ja! Noch nie von gehört? Nee! Was ist der Liedsfarbe? Ja, gelb und blau! Oh, was? Hä? De-Colorizing? Was ist jetzt los? Ich hab schon was gemacht! Was hast du getan? Ich weiß es nicht! Falls das jemand weiß, mal irgendwie bitte irgendwie Informationen dazu geben! Hä? Oh je! Das war aber richtig knapp! Hä? Geht sofort weiter? Oh, natürlich! Nein! Immer wenn ich zu den Blöcken gehe, dann werden die schon blau! Hör auf! Du bist so schnell! Mist! Ich hätte den Ferrari auswählen sollen! Ja! Schade ist halt vom... Hey! Wieso hören die auf? Meine... Blöcke stacken! Die hören auf blau zu werden! Ja! Wären die plötzlich gelb? Das ist ja merkwürdig! Nee! Die werden einfach wieder grau! Oh! Wie uncool ist das denn? Ja, ich scheete! Weißt du doch! Achso! Ja, hab ich auch schon von gehört! Hier kann man sich irgendwo dran festhalten, aber irgendwie geht das auch nicht! Ich will wieder dieses Decolorizing schaffen! Was war denn das überhaupt? Ich weiß es nicht! Aber ich will es schaffen! Ja! Ich weiß nicht, wie ich es eingesammelt habe! Lass meine Blöcke in Ruhe! Lass meine Blöcke in Ruhe! Nein! Aua! Du hast dich irgendwie geschlagen, obwohl du vorher weg warst! Oh nein! Du hast schon wieder gewonnen! Echt? Ja! Ich hab's... Blut! Ui! 302! Was? Ich hab bestimmt 100! Naja, okay! Aber du verbesserst dich auch! Hm... Verdammt! 302! 40! Kannst du noch schaffen! Ja! Ich glaube, wir versuchen... Ich versuche erstmal einen anderen Spielmodi! Oha! Es geht schon los! 15 Minuten können wir nochmal hier voll machen! Achso! Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wird! Ich guck gar nicht auf die Zeit! 12 Minuten jetzt! Achso! Ungefähr! Kau pau pau! Mist! Ich kann's... Nein! Ich bin zu langsam! Aua! Lass mich... Nein! Lass meine Blöcke in Ruhe! Lass meine Blöcke in Ruhe! Ich war zuerst hier! Das ist mein Spiel! Oh nein! Nur weil du mir das Spiel geschenkt hast, denkst du, du kannst dir alles erlauben oder was? Ja! Sei froh, dass ich dir das geschenkt habe, also lass mich gewinnen! Nein, Spaß! Okay, ich stehe jetzt einfach nur hier rum und mach gar nichts! Das ist ja uncool! Aber ich liebe dieses Geräusch, wenn man sich einfach blockt! Das finde ich total geil! Ja! Und auch dieses Help! Ja! Help! Wir müssen uns einfach mal vier Minuten nebeneinander stellen und das Geräusch machen! Aber hier sind gar keine grauen Blöcke mehr! Klar! Hier ist noch zwei Stück! Mist! Oh! 93 zu 91! Respekt! Du wirst immer besser! Lass meine Blöcke in Ruhe! Ja! Hör auf mir hinterher zu rennen! Mist! Ich komm hier nicht hoch! Nein! Ich bin zu langsam! Ich bin zu dick! Nein! Ich komm den Erdbeergeleedingensquark nicht hoch! Erdbeergeleedingensquark! Ich wüsste nicht wie das heißt! Wie heißt das? Erdbeergeleedingensquark! Ja! Ist ja richtig! Ich hab mir gar nichts gegen gesagt! Ich bin hier unten! Ich seh dich einfach nicht! Deine Blöcke blinken hier ohne Ende! Aber ich seh dich nicht! Ja dann lass sie bitte auch blinken! Nein! Und mach sie nicht blau! Warum werden meine Blöcke wieder grau? Das ist uncool! Nein! Ich bin so schlecht! Juhu! Ich glaub diesmal bist du besser als ich! Nein! Glaub ich nicht! Kann nicht sein! Nein! Mist! Oh das ist sehr ärgerlich! Und? Trommelwirbel! Oh war gar nicht so knapp! War gar nicht so knapp! Oh! Oh! Das tut mir leid! Oh! Wieso kriegst du eigentlich immer nur einen dieser... dieser Kristalle? Ich weiß es nicht! Weil ich verloren hab! Okay 5 ist meine Glückszahl! Ich würd sagen wir hören jetzt auf! Ja okay! Dann... Äh... Wie macht man das? Ich mach das! Wie geht man da raus? Escape! Escape? Ja! Oh! Guck mal jetzt ist da noch einer gekommen! Hä? Er hat sich umgebracht! Wie hab ich das denn gemacht? Ich hab zwei Spieler hier reingetan! Cool! Aber er bringt sich dauernd um! Ich... ich weiß gar nicht wie ich den bewege... Achso! Den kannst du... Okay ich spiel jetzt mit... Ich spiel jetzt mit zwei verschiedenen Typen hier! Was? Wie unfair! Äh wie mach ich den denn wieder weg? Ich hab' ihn verlassen! Ich hab' ihn verlassen! Ich hab' ihn verlassen!